Macht den Tod bereit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Krieg ein Sieg trügt. Dankbar und auch ein wenig erleichtert nehme ich heute Abschied. Und so, dass ich mir vorhin dachte, wahrscheinlich ist das alles mal in Gefahr, und du gehst noch mal in Gefahr und gehst raus und erst eine Predigt und fertig will ich machen. Statt und mächtig im Statt, mach ich den Tod und die Türen in der Welt hoch. Statt und mächtig im Statt, mach ich den Tod. Statt und mächtig im Statt, mach ich den Tod und die Türen in der Welt hoch. Statt und mächtig im Statt, mach ich den Tod und die Türen in der Welt hoch, Untertitelung des ZDF, 2020